Jo Leute, was geht? Mein Name ist halt wieder und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute mal das Video, das eigentlich hätte gestern kommen sollen. Aber, ähm, ja, ich saß an diesem Video sehr, sehr lange. Und zwar ist dieses Video einfach komplett zerstört worden, so gesehen, von meinem Aufnahmeprogramm. Denn normalerweise nehme ich mit MP4 auf und nicht mit, äh, andersrum. Normalerweise nehme ich mit AVI auf und nicht mit MP4. Und, ähm, ja, ich hab's nämlich so gemacht, dass ich mal mit MP4 ausprobieren wollte, aufzunehmen. Und das ging komplett den Bach unter, denn da sind enorme Grafik-Bugs, äh, in meinem Video. Ich dachte, das liegt jetzt an Action. Okay, dann ziehe ich das in mein Schneiderprogramm. Die sind immer noch da. Ich hab's durchrendern lassen. Es geht nicht. Ich hab dieses Video mehrmals durchrendern lassen. Und Leute, ich kann euch wirklich nur den Anfang und auch das Ende vom Video zeigen, weil da sind sie einfach nicht, diese Grafik-Bugs. Ich wollte euch dieses ganze Video zeigen, aber Leute, das sind grüne, rote, blaue und, was weiß ich was für alle Farben, sind da irgendwie in dem Video drinnen, die, und man erkennt einfach nichts mehr. Das ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ihr kennt doch bestimmt irgendwie diesen Signalstörer, und da bei dem Fernsehen genauso sah das aus, nur halt, ja, nicht genau so, sondern ähnlich. Das waren einfach total komische Farben da im Video drinnen, und man hat einfach nichts erkannt. Und sowas will ich dann auch nicht. Das ist auf jeden Fall besser, als dass man irgendwie ein 15-Minuten-Video da hat, wo alles einfach komplett rumspackt. Also es tut mir mega leid, Leute. Und ich werde jetzt spoilern für die Leute, die das jetzt nicht sehen wollen, spulen einfach mal eine Minute oder so vor. Und zwar bin ich nämlich tot in Vilo-Varo, Leute. Es tut mir leid, es war ein mega cooles Projekt. Vielen Dank natürlich an Vilo und auch natürlich an Harit, dass der mit mir das Projekt erspielt hat. Ich wollte ja anfangs nicht mitmachen, aber es war echt ganz am Ende noch ein mega cooles Projekt. Es hat auch mega Spaß gemacht, die Aufnahme mit Harit zu machen. War echt echt cool. Und schade natürlich, dass Harit gestorben ist. Jetzt bin ich natürlich auch tot. Ja, weil meine wirklich komplette Rüstung kaputt gegangen ist in diesem Fight. Ich hätte diesen Typen eigentlich bekommen müssen, weil er nur zwei Viertel war und ich fuldi. Aber was soll ich machen? Ich hatte keine Rüstung mehr, hatte noch eine Spare-Hose in meinem Inventar. Habe die dann natürlich noch schnell angezogen, weil ich die aus der Chest noch schnell geholt hatte. Und ich konnte einfach nicht schneller was looten. War auf jeden Fall relativ unlucky, aber was soll ich machen, Leute? Das ist halt Vilo-Varo und auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Und wir sehen uns dann bei UFC-Hallets wieder oder UFC-Stuff, solche Sachen. Und ja, es wird auch bald Factions oder so kommen. Hätte ich auch mega Bock drauf. Haut rein und schaut natürlich auch wieder bei Harit vorbei, falls ihr seine Folgen noch nicht gesehen habt. Und genau, schönen Tag noch und viel Spaß beim Video. Jo, meine Damen und Herren, was geht? Mein Name ist Alvio und willkommen zu der neuen Folge von Vilo-Varo. Und ich würde sagen, wir joinen auf den Server. Also, wir sind im Nether. Und müssen uns halt eben noch ein bisschen Stuff machen heute. Heute gibt es mal kein Fight, denke ich mal. Ich bin aber mal zu einem Zeitpunkt draufgegangen, wo ein paar Spieler drauf sind. Und, ja, mal gucken. Aber vielleicht ein paar Treffen. So, okay. Ich gehe jetzt erstmal raus aus dem Nether, Leute. Ich habe 19 Level. Ist ja nicht genug. Und begebe mich jetzt einfach mal raus in die Richtung muss ich eigentlich nur laufen. Ich schätze mal, ich muss sowieso hier hoch, weil ich bin nur für 33. Okay. Ich weiß nicht, ob die zwei jetzt fighten werden. Also, die D-Tex und Dave gegen diesen Scherz-Krümel. Keine Ahnung. Ich habe nur mitbekommen, dass die alle einen Inf-Klear bekommen haben. Und, ja. Ah, ich bin auch rechts jetzt. Nice. Ich bin Top-Spieler, Jungs. Top-Spieler mit vier Kills. Uuh, ich bin krass. Let's up. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist so dumm. Ich bin tot, glaube ich. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich bin tot, glaube ich.